Manuel Neuer Nachdem Bundestrainer Joachim Löw dem Bayern-Keeper am Samstag eine Einsatzgarantie gegeben hatte, falls es Neuer in den Kader schafft, äußerte sich nun der Schlussmann selbst über seinen aktuellen Zusand, der Fitnesszustand ist gut? Ich denke, dass die Trainer und Fitnesscoaches sehr zufrieden sind, sagte Neuer bei dfb.de. Sie haben mich in einen sehr guten Zusand bekommen. Wir haben gut gearbeitet, auch bei Bayern Deshalb bin ich wirklich guter Dinge, sein ausgestandener Mittelfußbruch belaste ihn nicht mehr, verrät Neuer Entsprechend gehe er auch zwei Kämpfen nicht aus dem Weg Ich finde, wenn man zurückzieht, kann mehr passieren als wenn man durchzieht Ihr 32-Jährige hat wegen eines Mittelfußbruchs seit September kein Spiel mehr bestritten Im Trainingslager in Südtirol arbeitet Neuer hart an seinem Comeback und macht dabei einen sehr guten Eindruck, wie Löws Assistent Markus Sorg am Samstag versicherte Im Trainingslager in Südtirol